Was geht ab Freunde, mein Name ist Maas und herzlich willkommen zur ersten Folge von Friday Five. Heute mit einem 5 Reasons Why. Gott, bin ich ein kreativer Die. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es heute um 5 Gründe, wieso der BVB den Sprung an die europäische Spitze verpasst hat. Viel Spaß. Beginnen wir am 25. Mai 2013. Dortmund steht im Champions League Finale gegen den deutschen Rivalen aus München. Die Bayern hatten im Vorjahr das Finale daheim im eigenen Stadion gegen den FC Chelsea verloren und hatten nun erneut die Chance sich Europas Krone aufzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir Borussia Dortmund. Auch wenn man in dieser Saison die Bundesliga nicht gewinnen konnte, wurde man bereits in den beiden Vorsaisons deutscher Meister. Eine junge, hochtalentierte Truppe, die sich aufopfert und alles für ihren heißblütigen Coach Jürgen Klopp tut. Eine Mannschaft voller künftiger Weltstars. Um ein paar Namen der Dortmunder Mannschaft zu nennen. Zum Zeitpunkt des Finals spielen beim BVB der 23-jährige Marco Reus, der 24-jährige Robert Lewandowski, der 23-jährige Ilkay Gündogan, der 24-jährige Nuri Sahin und der 24-jährige Mats Hummels. Auf dem Weg ins Finale schalten die Dortmunder Schachter Donetsk, den FC Malaga und sogar Real Madrid aus. Und auch wenn man das Finale knapp gegen die Bayern verliert, so muss man sagen, der deutsche Fußball ist auf seinem absoluten Höhepunkt. Die Fußball-Bundesliga hat sich in dieser Saison europaweit einen Namen gemacht und noch nie war der Hype größer als in diesem Jahr. Doch was ist dann passiert? Angefangen haben die Abgänge schon vor dem Champions-League-Finale. Mit Nuri Sahin, der zu Real wechselte und Shinji Kagawa, der es zu United zog. Nach besagtem Finale ging Mario Götze. Ein Jahr später war es Robert Lewandowski. Im Sommer 2016 gingen dann mit Götze-Nachfolger Mkhitaryan, Ilkay Gündogan und Mats Hummels direkt drei Stammspieler. In den seltensten Fällen hat man es wirklich geschafft, die Spieler zu ersetzen. Und wenn, dann meistens wie im Falle von Mkhitaryan nicht dauerhaft. Nach dem tränenreichen Abgang von Jürgen Klopp 2015 nach sieben Jahren beim BVB hat man auf der Trainerbank keine richtige Konstanz mehr reinbekommen. Der direkte Klopp-Nachfolger wurde Thomas Tuchel. Tuchel musste allerdings nach zwei Saisons seine Koffer packen und das keineswegs wegen sportlicher Misserfolge. Beide Saisons konnte man sich für die Champions League qualifizieren und in der Saison 2016-2017 sogar den DFB-Pokal gewinnen. Allerdings galt sein Verhältnis zur Mannschaft und zur Klubführung als angespannt. Im Nachhinein betrachtet war die Tuchel-Entlassung vielleicht dann der Anfang vom Abfall des BVBs. Aber da muss sich jeder sein eigenes Bild von machen. Die Erfolge, die Tuchel allerdings danach bei Paris Saint-Germain und auch beim FC Chelsea feierte und noch feiern wird, lassen den Gedanken zumindest mal zu. Auf Tuchel folgten dann Peter Bosz, der fünf Monate durchhielt und Peter Stöger, der zur Rückrunde übernommen hat. Am Ende der Saison erreichte man gerade so den vierten Platz und die Champions League Qualifikation punktgleich mit dem fünften Platz Leverkusen und nur vier Punkte vor Platz sieben. Darauf folgte dann der Schweizer Lucien Favre und direkt in der ersten Saison wurde man zweiter. Allerdings war man zwischenzeitlich mit neun Punkten Vorsprung auf dem ersten Rang und verspielte den Vorsprung dann. Es folgte eine weitere Feed zur Meisterschaft. In beiden Spielzeiten schied man bereits im Achtelfinale im DFB-Pokal aus und in der Champions League war ebenfalls in beiden Saisons im Achtelfinale Schluss. Im Dezember 2020 musste Lucien Favre dann nach einer 1 zu 5 Niederlage gegen Stuttgart und auf dem fünften Platz stehend seine Koffer packen. Für ihn übernahm bis Saisonende Edin Terzic. Unter der Führung von Interimscoach Terzic erreichte man noch Platz 3 und somit die Champions League Qualifikation und gewann den DFB-Pokal. Seit dieser Saison ist Marco Rose Cheftrainer. Nach sieben Jahren unter Jürgen Klopp ist man jetzt nach sieben Spielzeiten beim sechsten Trainer. Das ist einfach zu viel. Es fehlt eine Konstanz auf der Bank. Machen wir uns nichts vor. Wir alle haben Spieler, die wir uns bei unserem Herzensverein zurückwünschen. Bei mir ist es Paul Pogba. Aber in den wenigsten Fällen gehen diese Rückholaktionen gut. Und das hat der BVB uns in den letzten Jahren leider eindrucksvoll bewiesen. Shinji Kagawa zum Beispiel. Der absolut überragend war beim BVB zwischen 2010 und 2012. In seinen beiden Jahren beim BVB holte er beide Male die Meisterschaft und verließ dann die Dortmunder Richtung Manchester. Nur zur Info. Der Japaner schoss in den beiden Jahren bei der Borussia 21 Tore in 49 Spielen und das als Mittelfeldspieler. Bei United konnte sich Kagawa allerdings nie so richtig zurechtfinden und nach zwei Jahren ging es zurück zum BVB. Ganze fünf Jahre blieb Kagawa dieses Mal, aber den Spieler, den man aus den beiden Meistersaisons kannte, gab es irgendwie nicht mehr. Ganze 99 Spiele machte Kagawa in den fünf Jahren beim BVB und er zielte 20 Tore. Ein Tor weniger als bei seinem ersten BVB-Abenteuer. Nuri Sahin verließ die Dortmunder nach zehn Jahren im Klub 2011 in Richtung Real Madrid. In der Meistersaison 2010-2011 galt Sahin als wohl bester Spieler der Liga. Er lenkte auf der sechster Position das Spiel der Dortmunder und war absolut gefährlich bei Standards. Sahin kam auch verletzungsbedingt bei den Madrilenen nur zu vier Einsätzen und wurde in der Folgesaison an den FC Liverpool verliehen, wo er auch nur siebenmal aufgelaufen ist. 2013 kehrte er dann nach Dortmund zurück, aber der überragende Spieler aus der Saison 2010-2011 wurde er nicht wieder. Nach fünf Jahren ging es für Sahin weiter nach Bremen, aktuell spielt der 32-Jährige bei Antalya Spor in der türkischen Super League. Und um ehrlich zu sein, dachte ich eigentlich, er hätte schon seine Karriere beendet. Deutschlands WM-Held von 2014 Mario Götze spielte seit seinem neunten Lebensjahr beim BVB. 2009 machte er sein Debüt für die Profis und eigentlich war sich jeder sicher, Dortmund hat einen der talentiertesten deutschen Spieler aller Zeiten in seinen Reihen. Götze war brillant am Ball, seine Pässe waren überragend und er hatte einen hervorragenden Torriecher. Schnell wurde Götze Stammspieler beim BVB und machte zwischen 2009 und 2013 83 Spiele für die Dortmunder. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale der Dortmunder ging er allerdings ausgerechnet zum Finalgegner nach München. Götze war gerade mal 21 Jahre alt, als die Bayern seine 37 Millionen schwere Ausstiegsklausel zogen. Der Start bei den Bayern war geplagt von Verletzungen, doch er kam immer besser rein ins Team von Pep Guardiola. Doch so richtig durchsetzen konnte sich Götze in München nicht. Und auch die Leistung, dieses Unbekümmerte, was ihn in Dortmund ausgezeichnet hat, das war so ein wenig verblasst. Wie sich später herausstellte, litt Götze an einer Stoffwechselerkrankung und war auch deshalb nie so richtig fit. Doch auch seine Rückkehr zur alten Liebe 2016 war keine Geschichte aus dem Bilderbuch. Denn auch hier konnte Götze nur in den wenigsten Momenten an seine Glanzzeiten anknüpfen. Seit 2020 spielt Götze beim PSV Eindhoven und bringt regelmäßig gute Leistungen. Mittlerweile ist der Memminger 29 Jahre alt, hat noch ein paar Jahre vor sich, aber den Spieler, den wir in seinen ersten Profi anbewundern durften und das, was wir uns versprochen haben, werden wir wohl nie wieder sehen. Kommen wir zum letzten Rückkehrer, Mats Hummels. Hier spalten sich die Meinungen etwas. Mats Hummels spielte von 2008 bis 2016 für den BVB, war Kapitän, hat beide Meisterschaften miterlebt, das Champions-League-Finale und wurde Weltmeister. Als er 2016 seine Rückkehr nach München bekannt gab, waren nicht wenige Fans der Schwarz-Gelben enttäuscht. Nach 225 Spielen, als Kapitän und mit dem Wissen, dass die Bayern in den vergangenen Jahren bereits Mario Götz und Robert Lewandowski aus Dortmund holten, kann man den Unmut der Fans definitiv verstehen. In München war Hummels drei Jahre lang fester Bestandteil. Dennoch war man danach bereit, den Nationalspieler abzugeben. Und Dortmund holte ihren Kapitän zurück. Und genau hier trennen sich die Meinungen. Zwar hat Mats Hummels seit seiner Rückkehr regelmäßig gute Leistungen gezeigt, allerdings hatte er des Öfteren auch Spiele dabei, die desaströs waren. Und man hätte die Ablöse von über 30 Millionen in Spieler investieren können, wo man eventuell eine Chance gewittert hätte. Rein logisch betrachtet, wenn ich die Meisterschaft gewinnen will, hole ich dann Spieler, die der amtierende Meister aussortiert? Ich will gar nicht über die Qualitäten eines Mats Hummels sprechen, oder ihm auch nur in irgendeiner Form irgendetwas absprechen. Aber gefühlt wirkt es so, als würde Mats Hummels in Dortmund seine Komfortzone genießen. Der Hunger auf Titel scheint nach allem, was er gewonnen hat, nicht mehr so da zu sein wie zuvor. Und deshalb war meiner Meinung nach auch diese Rückkehr ein Fehler. Unser vierter Punkt bezieht sich auf die Geschäftsidee, die man seit Jahren stets verfolgt. Wo finden wir das nächste Megatalent, was wir gewinnbringend verkaufen können? Wirtschaftlich betrachtet ist dieses Modell auf einem Level, wie Dortmund es ausführt, natürlich absolut gewinnbringend. Zum Beispiel haben wir da Ousmane Dembélé. Gekauft für 35 Millionen und für 135 Millionen verkauft, laut Transfermarkt.de. Das sind dann halt mal eben knackige 100 Millionen Gewinn. Ich würde sagen, das geht schon, kann man auch machen. Das nächste Beispiel direkt aus diesem Sommer, Jadon Sancho. Man hat damals 7,8 Millionen bezahlt und bekommt jetzt 85. Ja, man muss noch ein bisschen was an City für die Ausbildungsgebühren und so weiter abgeben, aber das lässt sich sehen. Und die Liste geht weiter. Christian Pulisic, den man damals ablösefrei in die eigene Jugend geholt hat und für 64 Millionen an Chelsea verkauft hat. Und da muss man kein Hälseer sein, um auch zu sagen, nächstes Jahr wahrscheinlich auch Erling Haaland für 20 Millionen geholt. Ausstiegslausel liegt bei 75 bis 90 Millionen. Und so macht man halt Geld. Jedoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt Schattenseiten. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der BVB mittlerweile ein Ausbildungsverein. Wahrscheinlich der beste in Europa, aber halt ein Ausbildungsverein. Ich sage nicht, man sollte die ganze Idee über den Haufen werfen. Allerdings sollte man nicht verkrampft nach dem nächsten jungen Topster suchen, der den BVB als Sprungbrett sieht. Vielmehr sollte man auch mal versuchen, den ein oder anderen Spieler zu verpflichten, der schon einen Namen hat, der auf seinem Peak ist oder kurz davor. Meiner Meinung nach braucht die Mannschaft etwas mehr Erfahrung, um realistische Chancen auf Titel zu haben und um die Meisterschaft mitspielen zu können. Anstatt den Großteil des Geldes für 17, 18-Jährige auszugeben, sollte man mehr Spieler holen, die 23, 24, 25 Jahre alt sind. Wie wir bereits ganz am Anfang gesehen haben, war die Mannschaft von 2013 um den Dreh in diesem Alter und das war der Peak des BVB in den letzten Jahren. Ein gesunder Mix zwischen jungen Talenten, Spielern auf ihrem Peak in dem besten Alter und erfahrenen Spielern würde der Mannschaft gut tun. Zuallererst, ich bin absoluter Fan von schönem, temporeichen Offensivfußball und will hier jetzt nicht über Kartenaccio oder so reden. Was dieser Punkt sagen soll ist, dass der BVB den Großteil seiner Ausgaben in Offensivverpflichtung investiert und dabei die Defensive komplett außer Acht lässt. Man hat jedes Jahr einen der besten Angriffe der Liga und sehr viel Qualität in der Offensive, allerdings ist meiner Meinung nach die Defensive viel zu schwach. Mit anderen Worten, der Angriff ist Champions League und die Abwehr balanciert zwischen Europa League und Conference League. Und das soll keineswegs respektlos gegenüber den Spielern sein, aber für die Ansprüche, die der BVB offenkundig hat, reicht diese Defensive einfach nicht aus. Man sagt nicht umsonst, Offensive gewinnt ihr Spiele, aber die Defensive gewinnt ihr Titel. Nur um ein kleines Beispiel zu nennen, schauen wir auf die Verpflichtung von Gregor Kobel, die einige meiner Punkte aus diesem Video widerspiegelt. Kobel ist ein sehr, sehr solider Keeper, aber mein Gefühl sagt mir, der Schritt zum BVB kam mindestens zwei Jahre zu früh. Sein Können ist unbestritten, aber wenn ich auf die Konkurrenz in der Liga schaue, mit Manuel Neuer bei den Bayern, mit Jan Sommer bei den Gladbachern oder mit Peter Gulaschi bei Leipzig, dann sehe ich da Unterschiede. Der BVB wollte aber, wie man es von ihnen kennt, mit einem jungen, entwicklungsfähigen Keeper gehen, anstatt einen Keeper zu verpflichten, der wenigstens schon zwei, drei gute Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat. Der BVB muss sich meiner Meinung nach endlich in der Abwehr verstärken, um sowohl national als auch international angreifen zu können. Lassen wir mal Kobel außen vor. Der musst du jetzt leider als Beispiel herhalten, aber viel offensichtlicher sind fehlende Qualitäten in der Innenverteidigung und auf der Rechtsverteidigerposition. Als Beispiel könnte man versuchen, Alessio Romagnoli zu verpflichten, der nächste Saison ablösefrei wäre. Marcos Zenezi, Sven Bortmann oder Maxence Lacroix könnten Spieler sein, die man holen könnte. Vielleicht sogar ein Martin Hinteräger. Als Rechtsverteidiger würde mir spontan jemand wie Diogo Dalot oder Noel Molina einfallen, aber das sind nur ein paar spontane Einfälle und könnte vielleicht mal was für ein künftiges Video sein. Und das war es auch schon mit der ersten Folge Friday Five. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Wertung. Für mehr von meinem Geschwafel lasst gerne ein kostenloses Abo da. Schreibt gerne eure Meinung oder Fragen in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.